Er weiß zu viel über Dinge. Dinge über uns, Reggie. Er weiß zu viele Dinge über uns. Er weiß zu viele Dinge über uns, meinst du? Albie, du weißt doch auch Dinge über uns, oder? Weißt du Dinge? Ja? Über Ron, über mich, über Geschäftliches, über, sagen wir, über Dinge wie Zahlungen, ja? Du weißt, dass wir ihn aber Schuldverschreibungen einlösen und Geschworene bestechen, damit sie uns gewogen sind. Das weißt du doch? Ja. Ah, so. Was für eine Überraschung. Jack, hör mal, weißt du irgendwas über Betrug? Irgendwas, Rat. Einfach drauf los. Weißt du irgendwas darüber, wie wir Polizisten schmieren? Jeden verfügten letzten Donnerstag im Monat. Weißt du das? Natürlich. Da bin ich aber überrascht. Also warum bringen wir nicht Jack um? Und lass auch noch Albie und den ganzen Haufen hier. Oder du erledigst mich und ich dich, dann sind wir beide tot. Eine richtig geniale Idee. Hör dir doch zu, Ron. Du bist völlig durchgeknallt. Hm. Weißt du, Menschen, die im Glashaus sitzen, sollten dich mit Steinen werfen. Und doch gerne mach dir. Mach. 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 Mach.